Ich will meinen Anruf machen, bitte! Ich will meinen Anruf machen! Ich will meinen Anruf machen! Ich will meine Eltern anrufen, bitte! Die suchen immer noch nach dieser Jasmine Johnson. Echt jetzt? Die ist doch schon vor Monaten verschwunden. Wieso habe ich davon nichts mehr in den Nachrichten gehört? Tja, wenn man nicht so aussieht wie diese Madeleine McCann, kriegt man höchstens einen kleinen Post auf Facebook. Wir treffen morgen ihre Mutter. Terry glaubt, sie hat was damit zu tun, aber... Ich weiß auch nicht, ich... Ich habe nicht das Gefühl. Also ich finde ja, du hast echt eine gute Menschenkenntnis. Ich finde, darauf solltest du vertrauen. Meinst du? Ja, sicher.